Herzlich Willkommen an der Kantonsschule in Berlmünster. Hinter uns seht ihr gerade unser Gebäude. Hier ist das A-Gebäude, das Hauptgebäude. Und nebenan ist noch die Mensa, die Schwimmhalle. Dann haben wir noch die Turnhalle und gerade hinter uns sind Naturwissenschaften. Wir haben ausserdem einen Fitnessraum, eine moderne Turnhalle mit einer Kletterwand. Wir haben auch verschiedene Gruppenräume mit Klavier. Ein Instrumentalunterricht findet vor Ort statt. Ausserdem haben wir ein ganz grosses Angebot an verschiedene Freifächere wie Chastan, Chor und natürlich auch verschiedene Sprachhüter. Schauen wir uns doch gerade einmal das Schwerpunktfach Angebot zusammen an. Ihr seid gerne kreativ und habt Freude am Gestalten. Dann ist das SFB genau das Richtige für euch. Wer Spaß an Musik hören und selber Musik machen hat, sollte unbedingt SF Musik wählen. In diesem SF lernt ihr, wie ihr selber eure eigenen Lieder schreiben könnt. Im Aktivmusizieren musiziert ihr gemeinsam in kleineren Gruppen. Im SF Musik hat man einen super Ausgleich zwischen der Theorie und der Praxis. Wer Mathematik und Physik lebt, sollte unbedingt dieses SF wählen, weil man sein Wissen dort gut vertäufen kann. Die Themen sind zwar manchmal kompliziert, aber es lohnt sich durchzubeissen. Das Besondere am SFPAM ist, dass man im dritten Jahr keine Lektionen hat, aber dafür in dem folgenden Jahr mehr. Wenn ihr gerne Sprache habt oder euch einfach Italienisch als Sprache interessiert, würde ich euch das SF Italienisch erzählen. Ihr müsst überhaupt kein Vorwissen haben, es wird euch alles eingebracht. Und es ist ein wirklich cooles Fach. Wenn man den Latinsen schon in den Betten gehabt hat, dann ist es gar kein Problem, wenn man das SF Latin nimmt. Denn am Anfang ist eigentlich alles wiederholend, was vielleicht auch gut tut. Und es hilft auch mega in den anderen Sprachen. Etwas ganz Besonderes an unserer Schule ist, dass sie sehr, sehr familiär ist. Man hat viele verschiedene Sondaranlässe mit der ganzen Schule. Auch die Lehrpersonen sind in den Freifächern dabei. Also du hast auch Kontakt ausserhalb des Unterrichts mit ihnen. Wenn man hier von der Kante kommt, kommt man schon in eine bestehende Klasse. Aber in die wird man recht schnell integriert. Mit dieser verbringt man dann auch den Mittag in der Mensa oder in den Woi. Eine Besonderung an der Kantonsschule Berlmünster ist, dass Schüler durch den Nachhilfeunterricht gefördert werden. Und dass besonders gute Schüler mit einer Note über 5 durch das Enrichment an der KSP unterstützt werden können. Wir haben noch ein Spezialfach, Lapplern am Projekt. Und das hat verschiedene Modulen, wo man Werbevideos macht. Quellenangaben und Quellen zitieren. Und das ist auch die Vorbereitung für die Matura. Der Unterricht hier an der Kante Berlmünster ist sehr abwärtungsreich. Zudem ist die Kante ständig im Wandel. Was auch noch neu ist, ist der Schulunterricht. Es gibt keine Nachhilfe. Aber wenn du nicht so gut beschwungen bist, dann ist das nicht schlimm. Weil am Ende des Jahres wird es mit der Spannote nochmal ausgelegt. Eine weitere Spezialität der Schule ist natürlich die Schülerorganisation. Dort kann man die Anliegen der Schüler bis in die Schulleitung hervorbringen und die dann dort umsetzen. Zum Beispiel, dass bei uns recycelt wird. Das kam über die Schülerorganisation. Das war es von uns. Ich habe während keinen Einblick in unsere Schule bekommen. Und wir hoffen möglichst viel in der Schule zu sehen. Bei Fragen meldet euch doch direkt bei uns, falls ihr euch schon kennt. Oder hier unten an der eingeblendeten Adresse direkt bei der Schule.